So, jetzt sind wir wieder heute mit Titanfall 2. Ein schönes Spiel, ich habe schon die erste Version gespielt, allerdings nur Multiplayer. Umso gespannter bin ich jetzt auf den Singleplayer, mit dem ich auch direkt anfangen werde. Es scheint so, als gibt es jetzt noch eine etwas krassere Verbindung zwischen Pilot und Maschine getan. Ja, eine wunderschöne Grafik, hat sich auch viel getan. Alles klar. Schau auf die Lampen. Nummer 1 kalibriert, Nummer 2. Ja, die ist perfekt. Aber ich finde die Maus zu schnell. Ja, schade. Doch hier. Die Mausempfindlichkeit ganz genau einstellbar, hervorragend. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, hm? Sehr gut, einfach rüberspringen. Alright. Oh, sehr hochgesprungen. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Um nicht automatisch. Sie basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump-Kits geht Ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Wunderschön, oder? Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Wirklich schön. Dafür kämpfen wir, Cooper. Was ein Baum. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Wir sollten zu tun, dass Ihr Jump-Kit aktiv ist. Wie wäre es mit einem kleinen Wandlauf? Ein Wandlauf? Hervorragend. Funktioniert gut. Hier drunter, ducken Sie sich. Mein Kleid? Gleit durch. Aber ziemlich weit her. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Eins, zwei. Seit der Stadt von Demeter haben wir mehr als ein Viertel das Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Das ist ein Waffen-Marsenal. Die Waffen werden seit jeder Waffe einzusetzen, die sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir daraus... Jetzt ein paar Ausflugungen nehme ich an. Ab auf den Schieß dann. Boah, das ist ein Gewehr, ey. Waffe laden. Boah, das ist wirklich schnell, muss ich sagen. Wir stellen dann gleich mal um. Dürfen wir noch eine andere Waffe nehmen hier. Was haben wir noch? Auch sehr nah. Klassiker. Geht auch ohne Visier. Hier noch ein Ziel. Ich sehe es gerade nicht. Ich werde das auf dem Durchprobieren. Ah, okay. Ich stehe Left-Shift, um es so umzuschalten. Nice. Ja, das sollte erstmal reichen. Ich würde gerne starten. Ich fühle mich bereit. Aber gut geleitet hier durch diesen teleportierenden Piloten. Okay. 22. Hervorragend. Dann machen wir das mal. Los geht's. Piloten müssen im Kampf an den perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten. Erstaunlicherweise ist er schneller als ich. Aber er fängt jetzt an zu schießen. Das habe ich schon hinter mir. Na. Denken Sie dran. An Wänden sind Sie schneller. Versuchen Sie es. Ah, schießt zum Glück noch nicht zurück. Jetzt bin ich bestimmt falsch. Nein, das schaut gut aus. An Wänden ist man echt deutlich schneller. Nicht schlecht. Ah, komm. Ich werde laufen. Kann ich da kennen, ob es ein Gegenheiz aufstellt? Nein. So, mal die Wand entlang hier. Ja. Neue Bestzeit. 1.17. So, dann würde ich sagen, starten wir die echte Mission. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen. Den Titan. Fordern wir einen an. Da kommt mein Titan. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Das ist nur eine Simulationsschütze, nicht die Wirklichkeit. Ach, schade. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Da steht er. Das ist mein Partner, mit der Vanguard-Klasse. Militärtechnologie-Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wird nicht von der IFC stehlen müssen. Guck mir mal hin. Hey. Hey. Da oben am Himmel. Da ist er. Okay, Schütze. Klingt, als wäre er die Kacke am Dampfen. Ich hole Sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon. Ja, ich glaube, jetzt geht es in der Wirklichkeit los. Ja, er braucht eine Minute für die Dekompression. Ohne einen Titan-Gilf zu haben. Schade. Alle Mann auf Gefechtsstation. Das ist keine Situation. Aufpassen, die töten uns. Jedenfalls versuchen Sie es. Nice. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben Sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus Ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lass die Moser. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Darf ich jetzt im Titan-Gilf? Ach so, gut. Wir betrachten uns am Landungsschiff. Anscheinend nicht. Frechheit. Ja, normal natürlich. Alles klar. Ein bisschen kenne ich es ja schon. Die erste Mission startet. Das kleine Tutorial am Anfang war wirklich gut gemacht. Ich fühle mich, ich sage immer, gut aufgehoben. Und jetzt geht es hoffentlich direkt los. Es scheint aber so, als würde ich gar nicht mit dem Titan direkt anfangen, sondern erst mal als Bodentruppe. Aber das macht ja nichts. Ich glaube, da fliegt mein Titan oder zumindest irgendeine Kapsel. Was heißt, wir stürzen ab? Ich habe eine Kapsel ohne Flugmechanismen. Ja, ich bin abgestürzt. Erstmal kann ich noch gar nicht raus hier. Jet-Cooker, Kenzimmer 20131. Stabilisieren. Langzuchmetanyl verabtragen. Schweren die Wirkungen. Kein Spendel. Ordination. Aufgesprengt. Gleich geht es in den Kampf. Ich muss mir nur noch erklären, wer Feind und Freund ist. Ah ja, hervorragend mein Team. Ach, du Heiliger. Ah, gleich so ein paar böse Gegner hier. Ah, es sind ein bisschen viele. Rüchte. Ja, mein Team scheint nicht mehr da zu sein. Ah, da vorne ist es jetzt hier unerbar. Okay, das war ein gegnerischer Titan, der mich voll erwischt hat. Aber ich kann da nicht so hören. Ich habe den nicht gesehen. Da kommt mal einer. Das nenne ich. Kann man wohl sagen. Das Zoll kaut sie vermutlich um, aber wenn sie aufwachen, sind sie wieder fit. Beste Moser. Feind Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, Biti. Seltener. Unten bleiben, Cooper. Biti. Los! Ein bisschen der Wunderschön reinsetzen. Ich glaube, er hat nicht viel Chance. Zwei gegen einen. Das ist sehr unfair. Oh, oh. Oh, oh. Schaut gar nicht gut aus für uns. Puh. Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hoffentlich sieht er nicht, dass ich noch lebe. Hey, Richter. Lassen Sie die Leichen liegen. Sie kann gar nicht mehr. Ja, die Leichen. Wir haben ja eine Aufgabe, klar? Wir sauber machen, wenn wir nicht bezahlen. Vorwärts. Das schaut nach einem Tier aus, das da gerade so meine Kollegen ein bisschen tot macht. Wenn sie denn nicht schon tot sind. Ah ja, hier ist noch ein Tier. Das hat natürlich nicht. Ah, komm. Aber ihr mögt euch gegenseitig auch nicht, ja? Dann könnt ihr euch doch mal um euch selbst kümmern, würde ich sagen. Oder ein Titan hilft mir. Ich weiß nicht, ob er auf Automatik läuft oder ob er einen Kollegen drin sitzen hat. Na, schnell laufen kann ich nicht. Doch. Hier, hallo, mein Freund. Moment. Nein. Hier geht es auch nicht gut. Gar nicht gut. Ah, hallo. Ich würde dir gerne helfen. Bye, bye. Bye, bye. Ja. Ich mach das. Sterbe in Würde. Ich mach das. 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 Vielen Dank.